Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind kurz vor der Audienz beim Kaiser. Nicht wahr? Ja. Haben uns schick gemacht und dann gehen wir auch gleich zu ihm, würde ich sagen. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ja, wir müssen. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. So, wie war das? Ein Bein nach vorne. Ja, das linke. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir? Ja, das hast du schon gut gemacht. Naja, einfach, wenn man zuhört. Gut und gut verbeugt, ja. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen nicht teilt. Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen nicht teilt. Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen nicht teilt. Verneigen! Eure Kaiserliche Majestät. Aräa ebto orde. Evelien, namien wat gern wa wort. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch, einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe! Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Ja, ich meine, bisher haben wir uns ein bisschen daneben benommen, ne? Beziehungsweise du. Einfach nicht verbeugt. Ne, wir kennen ja den Kaiser schon. Geralt hat ihn ja zuvor getroffen und von dem Fluch befreit. Ähm, der Kaiser hat sich immer zu Mitternacht in einen Igel verwandelt. Beziehungsweise in so ein stacheldickes Gesicht und in ein Monster. Und davon haben wir ihn befreit. Daher kennen wir ihn. Also war er kein Igel? Wie ein Igel? Nein! Okay, das wäre kein sonderlich schlimmer Fluch. Er war ein Monster. Und davon haben wir ihn befreit, deswegen kennen wir ihn schon etwas. Und da war er noch nicht Kaiser von Nilfgaard. Das ist im ersten Buch, ne? Kann das sein? Ja, also ich glaube in der Kurzgeschichtensammlung sogar. Kann sein. Warum ich? Ja, und jetzt wurde sogar schon erzählt, dass der Kaiser Siris Vater ist. Was in den Büchern erst ziemlich spät rauskommt. Naja. So, ziemlich am Ende. Vielleicht hat er ja noch eine Tochter. Nein. Ausgeschlossen. Ja, ausgeschlossen. Es wurde hier von Ciri gesprochen. Na gut. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg her zitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir. Richtig. Sag mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Gepränkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Nicht, dass wir jetzt zwei nehmen und kein Geld bekommen. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee. Falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererith. Bring ihn zur Zauberin. Der konnte ja alles belauschen, wenn er das gehört hat. Als er gerufen wurde. Hat er bestimmt auch. Der hat ein Protokoll geschrieben. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Weder Zell bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Was du wieder anrichtest hier. Ach, als ob der bestraft wird. Und weil du die einfachsten Regeln nicht besolgen kannst. Sind wir hier nicht auch am Ende von Teil 2 gewesen? Ja, das ist ja ein Visima und hier war König Voltis noch der Herrscher, der dann umgepart wurde. Dann war es Teil 1. Richtig. Ich erinnere mich an diesen Raum. Jetzt müssen wir durchs ganze Schluss hier laufen. Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Ich dachte, es wäre so ein Visima wäre so ein Drecksloch. Visima ist die Hauptstadt des Königreiches Sia. Das eine schließt das andere nicht aus. Doch. Ich habe also Visima ist für mich immer nur das Abendviertel. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Na gut. Wir können uns auch ein bisschen umgucken. Ja, red einfach mal mit denen. Wir bedürfen keiner Herren-Eskorte. Wir bedürfen keiner Herren-Eskorte. Sie sagt gar nichts. Ja. Oh, ein Offizier. Ah, der will bestimmt auch nicht mit uns reden. Lautling? Ähm, Lautling? Jedenfalls ist er auch nicht sonderlich gesprächig. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreit. In Novigrad haben nicht der Stadt gerade und es auf uns gesprächig ist. Was? Hier wohnt er Jennifer? Sie sind mit Feuers und die kriminelle Unterwelt. Sie sind nicht Jennifer? Das stimmt. Der ist hier ihr Labor, wie es ausschaut. Das ist ein Labor. Dann sind sie in der falschen Ecke. Gerald, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Ach, könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte. Aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emhios Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich hab deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emhir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Harusbiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Hm. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wären, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Färtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt. Bevor es die wilde Jagd tut. Ja, und wo suchen wir sie? Ja. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen. Um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten. Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen? Keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kehrtreude. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Wehlen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesimir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter. Aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir. Gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Ja, da war es kurz in der Cutscene abgestürzt. Man hat es wahrscheinlich in dem Zusammenschnitt gesehen. Es ist schon bitter, dass wir so eitel sind. So, zwei Abstürzen, zwei Minuten hatten auch noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, das wird irgendwann besser. Mit einem der kommenden Abdeals. Also, wir reden besser nicht mit dem Botschafter. Besser nicht. Wir sollten hier verschwinden. Weg hier. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück. Gesund und munter. So schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. So, dann können wir uns doch da ankleiden. Meinst du da gleich umziehen? Haben wir voraus vergessen. Laufen diesen Ding da rum. Aber vielleicht ist es voll gut. Guck mal, was das für Stats hat. Was? Okay. Keine. Keine. Welches hat man denn? Das. Ja. Silber durfte nur eins haben. Ja. Arbus kannst du anlegen. Handschuhe. Dann sind wir auch wieder. Der Alte. Nicht wahr? Ja, so. Sollte stimmen. Man kann auch Schwungklappen anlegen, dem Pferd. Wir haben den ja wahrscheinlich gegen diese Pferde anlegen. Oh, da gibt es ein Quiz. Auf einem traurigen Adel. Oh, ist so reich. Dann müssen wir einen Liebesdrang holen. Gewinnt Spiel gegen mich. Ja, los komm, Spiel. Ich will Karten spielen. Ich will Karten spielen. Das ist ein Quiz für uns, aber. So, Karten im Satz. Ja, so. Wie guckt man die denn nochmal an? So. Ich würde vielleicht das Katapult mitnehmen und dagegen den Triebock tauschen. Ja, oder halt so. Na, wir starten einfach. So schwierig kann das nicht sein. Ha, ha. Nicht genügend Einheitenkarten. Ah, und eine musst du noch dünnen Soltan mit. E, Karten hinzufügen. Ja, wie bauen wir es denn auf? Vielleicht soll ich... Lege eine Karte ab. Sollen wir das machen? Was? Eine ablegen müssen wir das? Dann würde ich hier so einen schlechten Typ da ablegen, so. Na, ich weiß nicht, ob der auf den Friedhof kommt oder Nachziehstapel. Guck mal, das ist eine Belagerungswaffe. Ah, der verbessert die anderen, ne? Dann würde ich lieber hier einen, den da ablegen. Der hat nichts extra. Ja, die würde ich behalten. Haben wir nicht verstanden. Tja. Na, der bringt dir gleich. Sieben Nahkampf. So, wir haben aber hier diese Kälte. Ja, aber guck mal, der hat denn doch bei uns reingetan. So, setzt die Stärke an den Nahkampf wieder an die Gunst. Irgendwas macht der's. Okay. Der gibt uns hier diesen Spion. Ja. Die Stärke wird uns angerechnet. Na ja. Aber jetzt die zwei Karten. Ja. Mein Gott. Dann würde ich vielleicht auf Nahkampf gehen und hoffen, dass der nicht auch so eine kluchende Kälte hat. Ja, aber warum wir auf Nahkampf gehen, wenn wir uns auch verteilen können? Ja, weil wir dann von einer Karte vernichtet werden. Ja, weil wir dann doch eine bei uns reingetan. Hm. Ja, der zieht ganz viele Karten. Der hat schon... Ja, das ist... Zwei Karten Vorsprung. So, wir machen jetzt nichts. Wie kann man den hier nochmal aussetzen? Spiel aufgeben ist cool. Ich weiß es nicht. Komm an. Äh, Leertaste halten ist passen. Ja, aber jetzt liegt ja keine Karten. Deswegen wäre es dumm, jetzt noch mehr da drauf zu legen. Bis er was macht. So, siehst du? Zum Glück haben wir keine Nahkampfkarte gelegt. Wie denn, hat die Runde gewonnen? Ja, weil die klürende Kälte gespielt hat. Nein, weil du schon gepasst hast. Das heißt, wenn man gepasst hat, dann kann der Gegner auch einmal machen, dann ist die Runde vorbei. Ja. Ja, man kann dann nicht nochmal anfangen. Das musst du dir merken. Was macht denn das? Hm, naja. Wird sich schon was dabei gedacht haben. Und viel zu viele trickige Tricks. Ich würde mir die Nahkampfleute würde ich mir aufheben, weil er hatte diese klürende Kälte ja schon gespielt und ich nehme nicht an, dass er noch eine davon hat. Äh, passen wir jetzt auch ein Gewinn in die Runde? Ja. Ja, hoffentlich. Ja, er hat null. Ja. 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 Das war ja komischer, taktischer Zug von ihm. Was? Wir haben eine zusätzliche Karte. Ja, warum denn nicht? Ich hab da auch nichts gegen. Ja, wir legen, das ist ja jetzt die letzte Runde. Wir legen jetzt einfach alles drauf und gewinnen. Gut. Das haben wir schon mal nicht gewonnen. Nein. Der Schütze zielt aufs Knie. Ob das eine eine Anspielung ist? Also, wir legen jetzt diesen Nahkämpfer. Golden. Was für ein Arsch. Warum sollten wir den? Dass wir einen Spion haben, sowas legen wir nicht. Was macht der? Mit dem selben Namen. Blaue Streifen. Okay. Haben wir denn noch einen von blauen Streifen hier? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Also, dann liegen wir einfach nochmal hier diese Belagerungswaffe. Hoffentlich hat er nichts Gutes. Was hat der denn hier für Karten? Was war das? Keine Ahnung. Ähm, schau dir drei zu viele gewählte Karten aus der. Okay. Als ob der Computer damit irgendwas anfangen könnte. Nachher ist die KI nicht. Nachher kann das noch. Eieiei. Eieiei. Mit der Nebel. Das ist doch bestimmt was gegen Fernkämpfer. Ich denke auch. So. Anwenden. Eingabe. Na. Guter Move. Guter Move. Verbrennen. So. Wir sollten jetzt passen, oder? Warum denn? Wie viele Karten hat der denn noch? Vier. Ja. Ja. Ja, wir haben noch drei. Der eine macht... Also, zwei haben wir, die wir spielen können. Sogar nur eine, die wir spielen können. Und die bringen uns nur eine zusätzlich. Ja. Das heißt, wir passen jetzt und hoffen, dass er keinen verzehen hat. Ja. Ja. Hoffentlich kann er nicht noch mehr legen. Man hat eben nicht nur zufällig dann auch aufgehört. Oh Gott. Oh nein. Die halt gewonnen hat. Ja. Aber warum können wir so viele Karten legen? Alle betrügt. Ja, dieses Spiel. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Und... Das ist nicht vergessen, mein Freund. Wir kommen wieder. Wir sind nicht zum letzten Mal hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.